So, einen wunderschönen guten Morgen zurück hier am Handelstest nach drei wunderbaren Wochen Urlaub. Meinerseits möchte ich allen Zuschauerinnen und Zuschauern erstmal hier ein herzliches Willkommen heißen und wir schauen dann heute auch direkt wieder in ein paar interessante Handelsideen live aus den Märkten. Ludger, einen schönen guten Morgen. Heute machen wir nicht nur die Handelsideen und die Nachrichten für den Tag, sondern weil wir ja in der letzten Woche auch keinen Wochenausblick für die Nachrichten haben und es aber immer interessant ist zu schauen, was wir in der Woche an Nachrichten erwarten können, habe ich das heute direkt auch für Sie mit eingebaut. Ludger, der Urlaub war richtig schön, richtig erholsam, war auch nicht weit weg, heimisch an der Ostsee. Eine feine Sache hier, das war Wetter vom Feinsten, wirklich Sonnenschein pur, wie man sich das wünscht. Also sehr erholsam, ganz lieben Dank für die Nachfrage. Damit gehen wir dann wieder in das Webinar zurück. Wir starten mit dem Risikohinweis. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, ihr investiertes Kapital zu verlieren. Ich hoffe, ich werde nicht zu schnell beim Sprechen, da muss ich ein wenig Rücksicht nehmen. So, was gibt es in der Woche? Ich habe jetzt hier für Sie, wie ich das sonst normalerweise immer freitags mache, einmal den Wochenausblick mit den wichtigsten Nachrichten aus der Eurozone, also EU, Deutschland und USA, habe ich dann noch aus Amerika dazugenommen. Wir bekommen heute um 10 Uhr den IFO Geschäftsklimaindex. Um 16 Uhr gibt es dann morgen aus den USA das CB-Verbrauchervertrauen. Am Mittwoch, den 29. August, gibt es dann das Bruttoinlandsprodukt aus den USA. Wir bekommen Informationen zu den schwebenden Hausverkäufen und wie jede Woche Mittwoch einen Einblick in die aktuellen Rohöl-Lagerbestände. Am Donnerstag aus der Eurozone dann die Veränderung der Arbeitslosigkeit in Deutschland und am Freitag den Verbraucherpreisindex auch hier aus der Eurozone. Das mal ein kleiner Überblick über die Nachrichten hier, die wir in dieser Woche erwarten können. Und damit schauen wir auf die heutigen Nachrichten. Sie haben es ja gerade auch gesehen, der IFO Geschäftsklimaindex um 10 Uhr. Da wird der Markt wirklich auch drauf warten, weil es ein sehr, sehr wichtiger Index beziehungsweise eine wichtige Information für die Entwicklung hier in Deutschland ist. Und aus diesem Grund wird der Markt hier spannend darauf schauen. Da kann es auch im Umfeld immer etwas Bewegung geben. Normalerweise geht es davor etwas weniger Bewegung. Und wenn die Zahlen dann raus sind und den Markt überrascht hatten, dann kommt häufig deutlich Bewegung ins Spiel. Wir werden sehen, was hier heute um 10 Uhr gemeldet wird. Und damit würde ich sagen, gehen wir direkt in die Charts hinein. Ich hatte das im Blogbeitrag auch geschrieben. Den habe ich selbstverständlich auch wieder direkt für Sie veröffentlicht. Hier im Blog von Ticmel. Ich hole Ihnen das mal ganz kurz auf den Bildschirm rauf. Also wie schon gesagt, wieder für die, die hier im Nachgang auch zuschauen und den Blog nicht live auf Facebook im Anklicken lesen. Gehen Sie ruhig auf die Seite von Ticmel, hier auf die deutsche Seite, dann direkt in den Blog hinein. Und im Blog sehen Sie dann die regelmäßigen Ideen für den aktuellen Handelstag. Können Sie hier unten schön mit durchklicken. Und ich klicke einfach mal in den heutigen Tag rein. Und Sie sehen hier an dieser Stelle dann direkt, Wir sprechen heute über den US-Dollar, japanischen Yen, über den Euro im US-Dollar und über den Nasdaq 100. Auch hier eine sehr, sehr schöne und interessante Situation hier im Nasdaq 100. Aber das beleuchten wir in ein paar Minuten direkt hier live im Chart. Ich hole die Charts gleich einmal rüber. Und was habe ich offen? US-Dollar, japanischer Yen. Ja, sehr schön. Ist auch gleich der erste Titel aus dem Blog heraus. Was ist mir hier in diesem Bereich ins Auge gestochen sozusagen? Ins Auge gestochen ist mir die Situation hier. Wir sehen hier einen laufenden Abwärtstrend nach unten. Schön nach unten das Ganze gelaufen. Hier letzte, hier war eine Bewegung. Ups, das ist das falsche. Kleinen Augenblick. Wir wollen ja hier etwas besser in der Visualität arbeiten. Ich mache das gleich mal für Sie so, dass Sie die Daten dann besser sehen können. Das Ganze hier mal in blau sozusagen mit hinein. So, und hier ist sozusagen die letzte, der letzte Ritt des Abwärtstrends mal eingezeichnet für Sie. Also wir sind hier in einem bestehenden Abwärtstrend hier in diesem Markt hinein. Und Sie sehen, wir hatten hier unten den Start der Aufwärtsbewegung, das heißt die Korrektur dieses Abwärtstrends. Und der ist genau reingelaufen hier oben in diesem Bereich, dieses Hochsinnern hier. Und da ist so eine, eine Unsicherheitskerze entstanden, wo man einfach gesehen hat, okay, der Markt ist oben rein, hat aber deutlich wieder abverkauft. Sie sehen, der Kerzenkörper ist ganz schmal, befindet sich im unteren Drittel der Kerze. Der obere dort ist deutlich, deutlich länger als die, als der untere Teil der Kerze. Das ist so ein Zeichen dafür, dass da oben die Luft einfach etwas dünn geworden ist und der Markt halt abverkauft hat. Auf der Oberseite, wir sehen hier das Hoch bei 111,451. Jetzt sieht es so aus, als wenn der Markt das Ganze nach unten auch bestätigt. Ich habe hier mal in die untergeordnete Zeiteinheit genau die Stunde reingeschaut. Sie wissen, das mache ich immer gern, wenn wir solche starken Tageskerzen nach oben haben. Da schaue ich einfach mal in die untergeordneten Zeiteinheiten, ob wir hier Trendverläufe auch erkennen können. Und wenn der Markt das Ganze hier wieder runter spielt, dann wäre es erstmal schön, wenn wir in der Stunde einen Abwärtstrend haben, weil das wäre dann ein Trendverlauf nach unten, der hier entsprechend in den Trend der übergeordneten Zeiteinheit im Tag läuft. Und das Ganze schauen wir uns hier mal in der Stunde an. Und Sie sehen sehr schön, wir haben jetzt hier mittlerweile einen fein laufenden Abwärtstrend, den es hier auch nach unten schiebt. Wenn der sich fortsetzt an dieser Stelle, dann wären hier Anlaufpunkte um die 110,745. Dann haben wir hier diesen Bereich um die 110,526. Ich mache das mal ganz kurz etwas kleiner, damit wir mehr durchsehen. Das war so dieser Ausbruchbereich hier, als der Markt über dieses Hoch drüber gelaufen ist hier drüben. Und dann haben wir hier unten noch einen Korrektortief um die 110,249. Das für den US-Dollar, japanischen Yen, hier nach unten schön gelaufen. Sie sehen es hier oben, war die Bewegung, kleine Korrektur, Bewegung, Korrektur. Also hier, dieser Schub hier ist erst einmal gebrochen. Jetzt läuft es hier runter, setzt sich das Ganze fort. Dann wäre es natürlich gut zu sehen, dass der Markt unten reinläuft. Das wären mal so Marken, wo wir gut auch ranlaufen können. Kommt es allerdings nicht dazu, dass der Markt schwach wird, also das heißt wieder in Richtung dieses übergeordneten Abwärtstrends läuft, dann haben wir hier im Markt nach oben hin die Chance, dass wir nach oben durchbrechen. Das heißt, wenn wir hier diesen Bereich um die 111,451 nach oben rausnehmen sollten, wenn das passiert, dann haben wir hier natürlich erst einmal diesen Anlaufbereich überschritten. Und hier haben wir dann relativ nah zwei Tageshochs stehen, die der Markt auch anlaufen kann. Hier haben wir das Tageshoch bei 111,526. Das ist das Tageshoch vom 06.08. Gefolgt hier vom Tageshoch vom 06.08. bei 111,856. Das mal auf der Oberseite hier, entsprechend beim Währungspaar US-Dollar, japanischer Yen. Und wir bleiben auch in einer Koppelung zum US-Dollar beim zweiten Währungspaar, nämlich Euro-US-Dollar. Hier schauen wir auch in den Tageschart hinein. Eine interessante Situation, wie ich finde, auch hier. Sie sehen, ich skaliere das mal ganz kurz etwas kleiner, dass wir ein bisschen mehr Chart-Historie sehen. Und zwar, hups, kleiner, nicht größer. So, jetzt haben wir es hier. Wir sehen also, der Markt, den drückt es hier Stück für Stück auch nach unten. Wir sind jetzt hier von diesem Tief, von dieser Umkehrkerze sehr, sehr schön korrigiert. Also, das heißt, wenn wir mal sich diesen großen, großen Chartverlauf anhören, dann ging es hier eine ganze Weile seitwärts. Ich hatte das ja auch mal avisiert oder visualisiert hier so in einer Art Dreieck, was man hier in diesem Bereich hat, wo wir fallende Hochpunkte gehabt haben, aber noch keine neuen Tiefpunkte. Das hat sich dann hier im August auch aufgelöst. Danach kam hier unten dieses Umkehrsignal, was ich mit diesem kleinen grünen Pfeil für Sie markiert hatte. Das wurde dann genutzt, um in diese Situation der Korrektur hineinzugehen. Wir sind jetzt hier oben angekommen im Bereich von 1,16,3,3,1. Hier hat der Markt auch noch mal kurz drüber gelupft. Hier ist es jetzt sehr, sehr entscheidend, was passiert. Läuft der Markt hoch oder läuft der Markt runter? Wenn der Markt hochlaufen sollte, dann könnte es hier doch noch ein Stück weit höher gehen. Erste Tageshochs liegen hier um die 1,16,669 bzw. 1,17,008. Das sind hier die Tageshochs vom, kleinen Augenblick, ich skaliere es noch mal rein, Das sind die Tageshochs vom 2. und 1.8. hier aus diesem Bereich. Und dann haben wir im fortgeschrittenen Verlauf nach hier oben diesen Bereich, wo wir häufig reingelaufen sind, bei 1,17,482 gefolgt von 1,17,922. Also es ist nach oben hin etwas Raum da, wenn der Markt noch weiter nach oben läuft, ohne diese Abwärtsdynamik hier kaputt zu machen. Wäre dann halt einfach eine tiefere Korrektur, die wir hier am Laufen haben, wenn es nach unten gehen sollte. Das heißt, wenn diese Kerze, die wir hier haben, wir haben ja heute mal einen Look nach oben gehabt und der wird momentan auch wieder abverkauft. Wir schauen uns das Ganze gleich auch noch mal in der Stunde an. Dann haben wir hier die Situation, dass der Markt doch nach unten laufen kann. Erstes Anlaufziel wäre hier unten dieser Bereich um die 1,15, 3,2,7 bzw. dann hier unten. Das nächste wäre dann das Tagestiefs. Wir können uns hier so ein bisschen schön auch an den Tagestiefs mit orientieren, um die 1,14,802. Und wir schauen auch hier noch einmal in die Stunde hinein. Und zwar haben wir hier in der Stunde die Situation auch natürlich absolut gleich gesehen. Wir sehen hier den letzten Aufwärtstrend. Das ist hier oben. Der ist jetzt gebrochen. Jetzt drückt es den Markt nach unten. Also das heißt, der Markt läuft hier schön nach unten. Was jetzt natürlich eine schöne Bestätigung wäre, ist, wenn sich hier ein Abwärtstrend bildet. Das heißt, wenn wir hier entsprechend, wie wir es hier gesehen haben, jetzt hier ein Stück weit nach unten laufen, dann etwas an Korrektur kommt und dann hier schön das Ganze nach unten weiterläuft. Dann haben wir nämlich wieder einen Abwärtstrend, der in Richtung des übergeordneten Abwärtstrends auf Tagesbasis läuft. Das wäre dann ein interessantes Zeichen. Sollte das nicht passieren, sollten wir hier einfach einen starken Schub nach unten bekommen. Dann ganz klar, wir schauen einfach in die noch kleinere Zeiteinheit. Weil wenn die Stunde so stark abwärts schiebt, dann gibt es in den kleineren Zeiteinheiten auch immer mal Möglichkeiten, Rücksetzer zum Einstieg zu nutzen. Und das können wir hier, Sie sehen, sehr, sehr schön im Trendverlauf der 5 Minuten natürlich auch unheimlich schön machen, weil der Markt zeigt uns hier im Chart, wie er läuft, wo er hinläuft. Und das können wir für diverse Handelsansätze entsprechend auch mit nutzen. Damit zurück in den Tagesschart und zwar in den Tagesschart für den US-Tech, den Nasdaq 100 hier an dieser Stelle. Ein sehr, sehr schöner Trendverlauf hier. Der Markt enttäuscht uns hier nicht. Der Trend, dieser starke Aufwärtstrend auf Tagesbasis, bleibt hier auch weiter bestehen. Er hat am Freitag, hier oben sehen Sie es, hat er sehr, sehr stark performt. Hat auch am Tageshoch hier oben geschlossen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Bereich. Und dann haben wir hier oben, jetzt mal in der Vorschau gehabt, hier, wir hatten dieses Hoch, hat im Markt bei um die 7500-Punkte-Marke, ich mache das mal kurz etwas größer, dass wir es näher ran simmen können. Also hier oben, da hatten wir das Hoch, dieses erste Bewegungshoch, dann gab es die Korrektur. Und nun, nun haben wir hier die Geschichte. Jetzt haben wir einen neuen Trend, der hier untergeordnet entstanden ist. Das heißt, hier diese Linie kann man sozusagen etwas weiter ziehen. Und wir laufen jetzt hier in das Hoch rein bei 7516 Punkten. Und hier kommt es jetzt wirklich darauf an, wie verhalten sich die Märkte. Weil wir haben jetzt hier eine Situation, wo wir nach oben hin jetzt nicht sagen können, okay, da kommt ein Tageshoch, wie wir es hier gehabt haben, wenn der Markt hier hochsteigt. Wir haben ja einige Tageshochs zum Abholen gewesen. Da oben ist halt nichts, ist ein Allzeithoch. Das heißt, hier braucht der Markt positives Sentiment, positive Unterstützung, um nach oben zu laufen. Das kann gut und gerne passieren. Das heißt, hier oben ist es wichtig, am Hoch gibt es jetzt Folgekäufe. Wenn ja, dann kann das schön dynamisch nach oben laufen. Kann allerdings auch, wenn diese Nachfolgekäufe ausbleiben, auch nur zu einem Test dieses Allzeithochs führen und danach etwas abverkauft werden. Das heißt, wenn der Markt nach oben läuft, dann ist der Weg erstmal offen. Man weiß nicht genau, wohin und wie weit es läuft. Das ist das eine. Die andere Seite ist, wenn es hier zu einem Abprall kommen sollte, dann könnte man doch versuchen, nach unten hin etwas mitzutraden. Das heißt, wir haben dann hier als Test natürlich erstmal das Tagestief von heute hier in diesem Bereich liegen, beziehungsweise hier das Tageshoch. Ich muss mal ganz kurz hier etwas umskalieren. Das nehme ich mal kurz rüber hier, dieses Feld. So, zack, raus. Wir haben jetzt hier entsprechend das Hoch dieser Kerze als Anlaufpunkt, beziehungsweise hier unten sehen Sie es dann, wenn der Markt doch dynamischer nach unten läuft, dann haben wir hier um die 7400 Punkte Marke, eine Marke, die psychologisch wichtig ist, die auch erst einmal kurzfristig als Anlaufpunkt dienen könnte. Momentan haben wir allerdings, sage ich mal, positive Beweggründe. Wir haben am Wochenende auch von der US-Notenbank, von Paul, haben wir einige Informationen bekommen, wo er sagt, okay, er geht schon davon aus, dass die Zinsen mild weiter angehoben werden können. Das spricht für eine positive Konjunktur und momentan ist es halt auch so, dass die Zinserhöhungen am Markt positiv aufgenommen werden. Das heißt, sie sind nicht destruktiv. Der Markt kann trotz der steigenden Zinsen Stück für Stück auch weiter ansteigen. Das ist ein schönes Bild, ein interessantes Bild. Und auf diese Meldung, die wir hier am Wochenende bekommen haben, scheint der Markt momentan auch etwas positiv zu reagieren. Sie sehen es hier, er ist positiv in den Tag gestartet, nach oben hin. Und das ist ein schönes Zeichen. Jetzt kommt es halt darauf an, was hier nach oben hin mit passiert. Und damit wäre ich erst einmal hier auch mit der Besprechung dieser heutigen Handelsidee fertig. Ich schaue mal eben noch kurz in den Chat. Hier auch meine Bitte, wenn Sie mögen und einen Wunschschart haben, auf den wir mal drauf schauen können, lassen Sie mich das einfach wissen. Ich gucke mir gern auch mit Ihnen gemeinsam hier in den Live-Webinaren Ihre Wunschscharts an. Ich sehe gerade, hier kommt jetzt nichts in den Chat hinein. Auf der Seite bleibt mir heute nichts anderes, als mich bei Ihnen zu bedanken für das Live-Zuschauen auch. Ich hoffe, die ein oder andere Idee ist gut angekommen, bringt Sie in die Situation, hier auch einen schönen Trade mit machen zu können. Wir hören und sehen uns morgen wieder um 8.30 Uhr live im Webinar. Und im Vorfeld natürlich wie jeden Handelstag gibt es den Blog. Aller, 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 spätestens 8 Uhr ist er online, meistens schon etwas früher. Da können Sie auch lesen, was ich hier auf dem Blick für den entsprechenden Handelstag habe. Also, haben Sie einen schönen Tag, erfolgreiche Trades. Ich freue mich wieder hier an Bord zu sein nach dem Urlaub. Und ja, wir sehen uns dann morgen. Bis dahin, machen Sie es gut, Ihr Mike Seidel.